Christmas Season Opening, liebe Zuschauer hier auf Perl TV und Sie sind wieder mit dabei, schon mal dafür vielen Dank und natürlich auch ein herzliches Hallo und liebe Zuschauer, die schönsten 100 Tage bis Weihnachten, die erleben wir jetzt und Sie wissen wahrscheinlich schneller, man kann gar nicht so schnell gucken, so schnell ist das wieder vorbei, gerade eben wird noch dekoriert, gerade ist die große Vorfreude, gerade ist auch so ein bisschen die gemütliche Kuschelstimmung zu Hause eingekehrt und schwuppsdiwupps ist der 26. Dezember, naja und dann beginnt sie wirklich die kalte Jahreszeit, ohne diesen großen Moment, dem man entgegenfiebert, aber so weit wollen wir noch nicht gehen, wir genießen Sie jetzt erstmal mit Ihnen zusammen, die 100 Tage und wir haben jetzt wirklich für Sie wundervolle Dekoration, hochwertige Dekoration, aber wie gewohnt natürlich immer für Sie zum Perl TV Sonderpreis. Kathi, ich sehe es hier rund um uns aufgebaut, du hast schöne Dinge mitgebracht und wir starten unsere Zuschauer, Sie sehen es gerade eingeblendet, hier mit einem ganz wertvollen Holzschwippbogen. Genau, aus dem Erzgebirge, Holzkunst vom Allerschönsten, vom Allerfeinsten, dieser wunderschöne Holzschwippbogen, den wir hier sehen, das ist natürlich hier etwas, also da geht einem das Herz auf. Das sind diese tollen Sammlerstücke auch, viele kennen sie ja auch von den Herbstmärkten, von den Weihnachtsmärkten, da kann man wirklich kleine Vermögen für ausgeben. Hier können wir uns das Ganze schön anschauen, diese Holzarbeiten mit ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet. Hier sehen wir es, ein richtiges Holzkunstwerk, kann man schon sagen. Wir haben es uns gerade eben schon mal angeschaut, weil hier wirklich auf beiden Seiten nochmal individuell gearbeitet worden ist. In der Mitte dann diese wunderschöne LED-Beleuchtung. Wir haben hier auf der einen Seite für Sie dieses ganz tolle Rentier-Motiv, da sehen wir es mit dem Schlitten. Hier oben zum Beispiel, wenn man da mal im Detail hineinschaut, da sind so kleine Vögelchen zum Beispiel noch gearbeitet. Hier im oberen Teil die Lampen, diese Laternen, ausgearbeitet, da kann man sogar die Flamme erkennen. Also was das für eine Arbeit ist, diese Holzarbeiten, diese Schwippbögen, falls Sie es nicht kennen bisher, die kommen wirklich und die dürfen sich ja auch nur so nennen, wenn Sie aus dem Erzgebirge kommen. Es ist eine ganz traditionelle Art des Weihnachtsschmuckes, den man ganz oft dann auch in den Fenstern zum Beispiel sieht. Und gibt es ja schon seit vielen Jahrhunderten wirklich. Ganz wunderschön gemacht. Und ich drehe ihn jetzt auch einmal für Sie, damit wir uns hier auch die andere Seite anschauen können. Hier dieses wunderschöne Wintermotiv, hier dieses Waldmotiv, das wir hier entdecken können, das natürlich auch ganz fantastisch gemacht worden ist. Auch diese Tiefe, also wenn man durchguckt, so eine Dreidimensionalität, also eine Szenerie, wo es wirklich jedes Mal, wenn man draufguckt, gibt es wieder was Neues zu entdecken. Also das ist schon ganz, ganz große Kunst und ich würde auch das Wort bemühen, das du genannt hast, das ist wirklich ein kleines Kunstwerk. Liebe Zuschauer, hier zum TV-Sonderpreis für Sie, 9,45 Euro. Liebe Zuschauer, unverbindliche Preisempfehlung, 30 Euro und für solche Schwippbögen, da kann man wirklich gerade auf Weihnachtsmärkten unverschämt viel Geld ausgeben. Bei uns kommen Sie jetzt in den Genuss des TV-Sonderpreises, weil Sie uns jetzt zugucken, exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer unter der Bestellnummer NX8190 und der 569 nochmal 9,45 Euro. Das ist für Sie zu Hause, nehmen Sie sich gerne mehr mit, aber wenn Sie was verschenken möchten, dann packen Sie noch zwei, drei mehr ein, weil das ist natürlich auch als Geschenk, gerade zur dunklen Jahreszeit, absolut genial. Da freut sich wirklich jeder drüber. Und wir machen genauso hübsch weiter, genauso schön weiter. Jetzt geht es auch um Dekoration und jetzt haben wir hier einen kleinen Dekostern, der wirklich auch wunderbar gearbeitet ist. Und Kathi, das ist echte Handarbeit. Genau, und ich habe hier so ein kleines Arrangement auch mal aufgebaut, um Ihnen zu zeigen, wie das zum Beispiel bei Ihnen zu Hause aussehen könnte. Man genießt ja jetzt auch so die ersten Lebkuchen zum Beispiel, man dekoriert so ein bisschen die Tische ein und da kann man zum Beispiel dann auch hier diesen wunderschönen Dekostern direkt mit auf den Tisch dekorieren zum Beispiel. Echte Handarbeit, Andreas hat es gerade gesagt, das ist ein handgefertigter Rattan-Dekostern, den wir hier haben mit Naturmaterialien. Hier ist der Tannenzapfen für Sie mit drin. Hier super süß, oder? Ganz, ganz toll. Ganz wirklich mit viel Liebe zum Detail auch hier wieder gearbeitet durch diese Nadeln, die hier mit drin sind. Und diese Beeren, die auch durch die Farbe nochmal so ein kleines Highlight setzen in Kombination, ganz klassisch grün, rot, dann diese Erdtöne mit drin. Das Schöne ist, der hat jetzt so eine gute Größe, dass man ihn wirklich mit auf den Tisch legen kann, zur Kerze, vielleicht zu anderen Gestecken. Einfach so zum Keksteller zum Beispiel, um das gleich so ein bisschen herbstlich, weihnachtlich, winterlich aussehen zu lassen. Aber wir haben extra den kleinen Aufhänger mit dabei. Das heißt, Sie können ihn auch wunderbar jetzt an eine Tür zum Beispiel hängen oder an Ihr Fenster. An Ihrer Eingangstür sieht das natürlich dann auch, gerade wenn Sie auch so eine Holztür haben oder eine weiße Tür, sehr, sehr schön aus. Das ist sehr dekorativ. Oder auch als kleine Dekoration für zum Beispiel Geschenke. Schau mal, ich habe hier unten mal so eine Kleinigkeit vorbereitet. Das ist so meine Empfehlung auch, weil wir haben heute so einen fantastischen Preis gemacht. Das ist handgefertigt. Und da zahlt man, wenn man den irgendwo anders jetzt kauft, 10 Euro, 14,90 Euro, klassischer Preis. Wir haben den für 3,75 Euro. Und da kann man dann ruhig auch direkt mal sagen, okay, ich bestelle mir jetzt mal vier, fünf Stück und mache die schön, gerade für besondere Menschen. Die haben Sie auch in Ihrer Familie. Macht man das schön ans Geschenk mit dran und schauen Sie, wie schön das dann ausschaut. Das sieht richtig toll aus. Das ist die Idee, liebe Zuschauer. Also wir machen hier wirklich tolle Dinge. Und ich muss wirklich sagen, gerade wenn man noch ein Geschenk hat, auch zur Adventszeit, Nikolauszeit, wenn dann wirklich auch hier die Weihnachtstage kommen, dann ist es doch so, dann übergibt man das Geschenk. Aber mit so einem Stern, das ist noch so ein Akzent und das ist noch so eine persönliche Note. Das heißt, Sie bleiben einfach auch viel länger im Gedächtnis. Liebe Zuschauer, genialer TV-Sonderpreis hier, 3,75 Euro. Die Gelegenheit, dass Sie sich wirklich hier auch mit einer gewissen Menge eindecken. Nehmen Sie ruhig 3,456 mit nach Hause unter der Bestellnummer NX 8503 und der 569. Sie lesen es gerade auch in der Beschreibung. Durchmesser hier 15 Zentimeter. Also der hat auch hier genau die richtige Größe. Mit genau der richtigen Größe geht es übrigens weiter. Wir haben jetzt auch was Tolles. Kathi, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Auch hier ist man sehr flexibel und kann sehr kreativ sein. Es geht jetzt um ein kleines Gestick. Ja, und auch das, ich habe es wirklich schön mal dekoriert, hier an unterschiedlichen Stellen bei uns jetzt auch im Studio, um Ihnen zu zeigen, wie toll das bei Ihnen zu Hause noch aussehen wird, wenn Sie es sich jetzt nach Hause bestellen. Hier zum Beispiel schon schön einfach bei Ihnen dann auch auf der Anrichte zum Beispiel schön im Regal kann man das hinlegen oder auch durch diese Größe einfach mal auf die Fensterbank, weil wir haben hier ein Gesteck. Das ist so ein schönes Herbstgesteck, so ein Wintergesteck. Das ist ganz länglich gearbeitet und hier in 30 Zentimetern Länge auch wieder mit Naturmaterialien in Handarbeit. Und da sehen wir es, super schön gemacht mit diesen Hölzern, mit den Beeren, mit echten Tannenzapfen gearbeitet, schön zusammengebunden. Dann kommen hier, jetzt sehen wir es sehr schön, diese kleinen tollen Holzsterne, die nochmal so einen richtigen Akzent reinbringen, wo man sagt, wow, wunderschön. Und diese Gestecke, die kann man jederzeit natürlich umsetzen, wenn man das möchte, kann die auch jedes Jahr immer wieder verwenden. Das ist so eine Dekoration, die nimmst du jedes Jahr wieder, legst sie schön hin und schon sieht es wieder gut aus. Andekoriert mit einem schönen Keksteller zum Beispiel. Das passt auch jetzt hier sehr gut übrigens mit unserem Ratternstern, den wir kennengelernt haben, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Schauen Sie, wenn Sie da einfach so einen Keksteller haben und dann legen Sie einfach hier schön so einen Ratternstern, dann hier so dieses Gesteck, zack, das sieht sofort richtig schick aus. Da hat man eine tolle Dekoration, zack, einen schönen Keksteller dazu oder natürlich dann auch zum Verschenken sowas. Schauen Sie sich das an, das ist doch direkt so ein richtiger Hingucker, den wir hier haben. Und dann denkt man sich, boah, was ist denn da los? Für kleines Geld schon richtig was hergemacht, also ideal. Kleines Geld, liebe Zuschauer, ganz schnell, ganz fix, aber total kreativ und wirklich hier auch sehr hochwertig. Bestellnummer haben wir hier, die NX 8509 und die 569 und als TV-Senderpreis für Sie freigeschaltet 6,60 Euro. Sie sparen hier tatsächlich fast 70 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung, also auch hier ein sensationelles Angebot. Und auch hier der Tipp von uns, von unserer Seite, nehmen Sie ruhig hier ein paar Stück mit, 3, 4, 5 mit in den Warenkorb, weil dann haben Sie wirklich hier auch die Möglichkeiten zu variieren oder auch nochmal hier zu sagen, Mensch, das gebe ich mal einem Geschenk bei. Aber wir machen jetzt mit einer Sensation weiter, das ist wirklich eine Sensation, weil was wir jetzt sehen, liebe Zuschauer, das ist einfach so ein Traum, den Sie ganz lange schon haben. Sie kennen ja diese Schneekugeln und sowas haben wir jetzt auch für Sie, aber eine ganz besondere Hingucker. Ja, die ist riesengroß, das ist wirklich so eine Schneekugel in so einer super großen Größe. Man kennt diese kleinen Schneekugeln und Achtung, ist das eben, ich habe sie angetippt und jetzt geht es hier los mit dem Schneegestöber. Ist das nicht toll? Das ist doch wirklich klasse, guck dir das an, der Weihnachtsmann da drin im Schneesturm mit den Laternen. Ist das faszinierend? Das ist faszinierend. Doch, gar nicht, normalerweise muss man die Schneekugel ja immer schütteln und dann kommt das Schneegestöber. Aber hier, der sinkt auch, guck mal und dann geht das Licht an. Haben Sie es gesehen? Ist das nicht schön? Also hier, ganz toll gemacht, hier unten sind so tolle Schleifen dran und immer wenn man es anfasst, geht es wieder los. Also da ist ein Berührungssensor in dieser tollen Kugel eingebaut und sobald man die berührt, dann fängt hier natürlich dieses Schneegestöber, dieser Schneesturm an. Dann geht das Licht an hinter dem Weihnachtsmann, an dieser tollen Laterne. Und der Weihnachtsmann, hören Sie es? Der sinkt sogar, Mensch. Der sinkt Let it snow. Schauen Sie mal, so ist das ja schon toll, wenn man das irgendwo stehen hat. Ich meine, diese Schneekugeln, die faszinieren uns eh und die sind so schon ausgeschaltet, ein riesen Hingucker. Aber sobald man es dann mal antippt oder berührt, dann geht es wieder los. Und man kann dem den ganzen Tag zuschauen und ihn anschauen, oder? Ja, und der Weihnachtsmann, der hält da seine Nase in die Brise. Guck dir das mal an, im Schneegestöber. Süß. La, la. Was singt der denn da? Let it snow, let it snow. Ach, guck mal. Da kann man direkt mitschunkeln. Ja, ja, let it snow. Liebe Zuschauer, die Schnellnummer, NX8137 und die 569 für unsere Schneekugel mit dem singenden Weihnachtsmann, der hier seine Nase in einen Schneesturm hält. Ich finde das auch ganz toll, mit den drei Laternen, die da im Hintergrund stehen. Also das ist schon ein kleiner, tapferer, wackerer Weihnachtsmann hier. Ganz wichtig für Sie als Information, liebe Zuschauer, unbedingt vorbestellen. Der kommt bei uns demnächst ins Haus und dann wandert er auch dann direkt sofort zu Ihnen. Unser TV-Sonderpreis für Sie hier 9,45 Euro. Das ist wirklich ein Schnapper, gerade solche Schneekugeln. Dann eben auch noch mit ein bisschen Animation, mit ein bisschen Licht, da wissen Sie gleich, da kann man ein kleines Vermögen für ausgeben. Wir haben hier normalerweise auch eine unverbindliche Preisempfehlung von 20 Euro. Bei uns sparen Sie 53 Prozent. Und jetzt ist ja auch die Jahreszeit, wo das hier auf den Terminplan kommt, wo Sie es sich damit einfach zu Hause auch ein bisschen schön machen können. Und denken Sie natürlich an die Enkelkinder, die sind auch richtig begeistert davon, wenn die hier mal berühren, wenn die mal drangehen und dann wird das Ganze hier aktiv. Nicht nur die Enkelkinder, glaube ich, das macht einfach Freude. Ja, ja, übrigens, das ist auch eine ganz stattliche Größe. So, vom Weihnachtsmann kommen wir jetzt zu unserer LED-Laterne. Die sehen wir schon eingeblendet mit Dekoschneewand. Und ich muss sagen, das ist jetzt ein bisschen stillere Szenerie, aber nicht weniger eindrucksvoll. Und die wird aber gleich ein bisschen spannender, weil schau, da geht der Schneewirbel los. Und schau mal, wie das glitzert. Ist das nicht toll? Das ist total toll. Ist das nicht spektakulär? Ja, also da bist du wirklich richtig fasziniert von. Das sieht so unglaublich schön aus. Also das ist auch eine Laterne. Wenn du die anschaust, dann denkst du, boah, ist das schön. Als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Erstmal schaust du da rein und entdeckst wirklich hier den kleinen Schneemann. Du schaust hier auf diese kleine Tanne und du denkst, was hat der denn da? Der hat den Besen in der Hand. Ein fleißiges Kerlchen. Der kleine Schneemann hat den Besen in der Hand. Ich glaube, der möchte den ganzen Schnee wegschieben. Und plötzlich geht der Schneesturm wieder los. Schau dir das an. Da fängt es plötzlich an mit dem Schneesturm und dann fängt es an zu wirbeln. Der Schneesturm geht los und dann kommen diese ganzen tollen Glitzerpartikelchen nach oben und es dreht sich und es wirbelt und du denkst, boah, guck dir das an. Das ist wirklich dieses Glitzererlebnis alleine ist spektakulär und die Laterne ist so schön gearbeitet im oberen Teil. Sie haben einen kleinen Aufhänger mit dabei. Sie können die natürlich schön irgendwo aufstellen, wenn Sie möchten. Und schauen Sie, jetzt geht hier gerade der Schneesturm wieder los. Und diese ganzen kleinen Glitzerpartikelchen kommen hier zu unserem Schneemann nach oben. Hier oben mit dieser Liebe zum Detail. Hier sind so kleine Sternchen ausgestanzt. Wenn man das jetzt aufstellt, strahlen diese Sternchen. Sehen Sie das? Auf meine Hand nach oben. Das ist toll. Schauen Sie mal auf meine Hand. Guck mal. Da sieht man das jetzt. Auf meine Hand oben sind die Sternchen. Das scheint dann bei Ihnen auch an die Decke. An die Decke. Ja, natürlich. Da hat man die Sterne oben an der Decke, weil die hier so toll ausgestanzt sind. Das ist hier wirklich so diese Magie, die so eine Lampe wirklich dann ausstrahlt. Das ist diese Wintermagie, die wir spüren dann auch direkt, die dann auch das Zwischenmenschliche einfach auspacht und die man hier mit sowas natürlich auch verschenken kann. Liebe Zuschauer, die Bestellnummer NX8181 und die 569 für unsere Laterne mit Schneewirbel und Deko-Schneemann. Und hier haben wir für Sie den TV-Sonderpreis 12,30 Euro. Auch hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 20 Euro. Also hier machen Sie auch wieder ein großartiges Schnäppchen. Und auch hier der Tipp, eine allein, das ist immer so ein bisschen einsam, nutzen Sie hier gerne die Möglichkeit, zwei, drei nach Hause zu holen. Da können Sie eben auch variieren, dekorieren, so wie Sie das möchten und eben auch in verschiedenen Zimmern. Und wir machen weiter. Es gibt jetzt noch eine Variation, noch eine Laterne. Diesmal aber wird Weihnachtsmann. Ja, auch der Weihnachtsmann ist unterwegs. Und das ist natürlich jetzt hier, schauen Sie sich das mal an, etwas, wo man denkt, ach Gott, ist das toll. Hier jetzt in einer unglaublich schönen Größe gearbeitet. Wobei das Funkeln, die so Sternschnuppeln, guck mal, wie das mal aufblitzt. Ja, also da siehst du auch, dass das eine ganz hohe Qualität ist. Weil es gibt ja, gerade wenn es um dieses Funkeln geht, um so Glitzerpartikel geht, da gibt es große Unterschiede. Das werden viele wissen, die sich schon mal mit zum Beispiel auch so Strasssteinen beschäftigt haben. Und hier sieht man, dass es eine ganz hohe Qualität ist, weil hier dieser Glitzereffekt ganz, ganz toll zur Geltung kommt. Da merkt man schon eine ganz tolle Qualität. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von 50 Euro für diese Laterne. Und das merkt man einfach auch durch die Verarbeitung, weil wir hier wirklich eine Laterne haben in einer Größe von circa 30 Zentimetern. Wir haben hier diesen kompletten Messing-Look von der Laterne. Also wirklich ganz hochwertig in diesem Messing-Look auch gearbeitet. Hier der Weihnachtsmann, super schön gearbeitet. Ganz detailliert. Wunderschön mit diesem Baum. Der hält selber noch mal eine Laterne in der Hand. Allein das, dass du eine Laterne hast, in der ein Weihnachtsmann ist, der wieder eine Laterne hält. Also diese kleinen Details, auf die hier geachtet worden ist, das ist wunderschön. Und die können Sie halt schön aufstellen. Die können Sie auch hier wieder oben toll aufhängen, wenn Sie möchten. Und man hat halt diesen Glitzer-Effekt, der so spektakulär ist. Den finde ich hier wirklich spektakulär. Da erkennt man, wie hochwertig die ist. Und dass die wirklich halt diese 50 Euro, unverbindliche Preisempfehlung, so was von wert ist. Deshalb, die wird direkt ausverkauft sein, wenn die Lieferung hier ankommt. Vorher, es gibt jetzt schon so große Vorbestelllisten auf diese Laterne. Deshalb bitte lassen Sie sich direkt in der gewünschten Stückzahl Ihre Vorreservierungen mit draufschreiben, dass Sie die auf jeden Fall bekommen, weil die wird sonst weg sein. Sie bekommen ja jetzt auch direkt den TV-Sonderpreis. So machen Sie es, liebe Zuschauer. Lassen Sie sich in die Liste eintragen. Sie sehen, die Laterne kommt demnächst zu uns ins Haus. Und dann werden Sie sie auch ganz schnell an Sie versenden. Unter der Bestellnummer NX81-82 unter 569. Sichern Sie sich jetzt den TV-Sonderpreis von 17,05 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Hier 50 Euro. Also machen Sie wirklich ein tolles Schnäppchen. Und dann genießen Sie die Zeit. Und vor allem ist es so, Sie sichern sich jetzt hier die schönsten Stücke. Und dann kommt der Moment, da haben wir nur noch den Rest. Da muss man dann quasi nehmen, was übrig bleibt. Liebe Zuschauer, jetzt die besten Stücke sichern hier. Wir stellen sie Ihnen im Christmas Season Opening vor. Und liebe Zuschauer, überall dort, wo Strom ist, dort, wo Beleuchtung zum Einsatz kommt, braucht man Batterien. Und wir haben für Sie die Doppel-A-Variante hier. Die Doppel-A in 20 Stück zum TV-Sonderpreis 6,60 Euro. Sie wissen es, Batterien kann man immer gebrauchen. Egal, ob jetzt hier für Dekoration oder Fernbedienung oder kleine Elektrogeräte oder auch Kinderspielzeug. Sie wissen, Nikolaus, Weihnachten, Kinderspielzeug. Muss man immer Batterien im Haus haben. Deshalb hier TV-Sonderpreis 6,60 Euro. 20 mal Doppel-A. Ganz schnell in die Leitung gehen. 0,181,51,51. Drei mal die zwei. Liebe Zuschauer, ganz viel Dekoration hier. Also das ist wirklich absolut genial. Und wir haben natürlich auch noch die Doppel-A-Variante. Auch hier 20 Stück. Und die sind sogar noch ein bisschen günstiger. 5,65 Euro hier. Batterien nochmal für Dekoration, für Weihnachtsbeleuchtung. Für kleine LED-Lämpchen, für Fernbedienung, für Kinderspielzeug. Sichern Sie sich hier Ihr Kontingent. So, wenn Sie was verpasst haben, wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, nochmal alle Produkte der Sendung für Sie auf www.pearl.tv. Und dann viel Spaß beim Dekorieren.